Eins sollte man dabei noch sehen, wenn wir uns diese Prämienverläufe gerade angeschaut haben und auch visualisiert haben. Sie haben alle ein zentrales Kernkonzept, nämlich mehr. Mehr. Entweder linear mehr, das heißt, wenn ich ein Stück mehr mache, bekomme ich genau die gleiche Prämie mehr, egal ob ich beim zehnten Stück bin oder beim hundertsten, das ist der lineare Verlauf, oder es ist gerade das Stück, das ich brauche, um die nächste Stufe zu kommen, aber wenn wir das mal weglassen, die Feinheiten weglassen, sind wir hier bei einem Mehr. Und das ist gleichzeitig eine Gefahr des Prämien. Dieses ständige Mehr, Mehr, Mehr halte ich persönlich, meine persönliche Meinung, die Sie nicht teilen müssen, für eines der zentralen Probleme der Wirtschaft überhaupt. Wenn wir da nicht aufpassen, wenn wir da nicht irgendwann in absehbarer Zeit mal Alternativen entwickeln, dann landen wir in der Klapse. Wir haben das gesehen das erste Mal, Sie können sich sicher erinnern, als wir uns das Wirtschaftswachstum angeschaut haben. Als wir geschaut haben, was bedeutet das, wenn wir sagen, die Wirtschaft wächst Aufschwung, die Wirtschaft wächst nicht oder die Wirtschaft schrumpft Abschwung oder Rezession. Als wir diese Begriffe kennengelernt haben, haben wir gesehen, es ist ein Mehr, Mehr. Ein Mehr, Mehr. Wenn wir im letzten Jahr um 6% gewachsen sind, dann muss es dieses Jahr 8% sein, damit wir vom Aufschwung reden und, was strafverschärfend hinzukommt, auf den erhöhten Basiswert. Können Sie sich erinnern? Können Sie sich erinnern? Ja, wir haben angefangen, wir haben das mit dem Zahlenbeispiel mal durchgerechnet. Wir haben 100%. Wenn wir um 8% wachsen, haben wir dann 108. Und wenn wir dann nur 6%, aber auf Basis von 108 haben, reden wir von einem Abschwung. Und das ist krank. Und dieses Denken sehen wir hier wieder. Wir sehen ein Denken, das fokussiert auf ein immer mehr, mehr, mehr. Schauen Sie nach draußen. Kein Wesen in der Natur ist so bescheuert, dass es jeden Tag aufsteht und sagt, ich muss wachsen. Jeden Tag wachsen. Ja, da gibt es Ruhephasen, da gibt es Phasen, wo man mal die Blätter abschmeißt und nicht neue Blätter produziert. Ja, die da draußen, die Wesen da draußen, die sind intelligenter als wir. Kein Wesen in der Natur ist so bescheuert, dass es jeden Tag wachsen muss. Nur wir Menschen, wir sind so. Und wir basteln uns Systeme, wo wir uns selber gefangen nehmen, sozusagen. Ich könnte Namen von Unternehmen nennen, die in solchen Systemen gefangen sind. Und die Leute, die haben, wenn sie mich fragen, die meisten einen voll an der Waffe. Das ist eine große Gefahr dabei.